Jetzt! Ja, ähm, 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 äh, warum sind Sie da jetzt in Tonland? Eine wunderschöne Stadt. Ja, man kommt, guck mal, jetzt die Stadt an, verbinden wir das Gute mit nichts. Und Sie kommen woher? Sie kommen aus Düsseldorf. Und Sie sind jetzt nur hier in Tonland oder überhaupt in der Stadt? Nur hier, momentan. Wir machen hier Urlaub. Machen wir hier Urlaub. Auch, auch. Wir sind auch etwas außerhalb von Tonland. Ja, was müssen Sie am Tonland werden? Das war nachher, warum? Es ist mal was anderes. Ja. Eine ganz andere Kultur, ganz andere Kultur, ganz andere Sprache. Die man überhaupt nicht versteht. Aber gut, dass man hier für sich verbunden setzt. Und dass wir ja in Widerspruchung mit unseren Sprachen sprechen, weil jeder, fast jeder, ne, wahrscheinlich jeder spricht hier da. Ja. Die meisten lernen. Da frage ich Sie auch, weil ich, wieso kommt das durch die Nachbarschaft? Ja. Ja, eigentlich schon, ja. Ja, eigentlich schon, ja. Weil wir, also das hier ist eigentlich so eine Touristenstadt. Aber es ist fast nur hier in dieser G-Straße, dass wir jetzt Deutsch reden. Sonst ist es nicht so gut. Also man kann es verstehen, aber nicht so gut sprechen. Ja. Ja. Ja, sehr gerne. Sehr gerne. Sehr gerne. Ja.